Leute, man mag es kaum glauben, aber es gibt endlich mal wieder vernünftige Apex Legends News. Das letzte Video ist über zwei Wochen her, nicht weil ich keinen Bock hatte, aber es gibt mal wieder eine riesengroße Flaute. Und es gibt eine richtig, richtig wichtige Änderung, die wir eigentlich kurz nach der aktuellen Season schon hätten bekommen müssen. Die meisten beschweren sich, auch wenn es eine Menge Freude bereitet, so wie es noch war. Aber gestern kam ein Patch raus, möchte ich jetzt nachreichen, bevor ich damit anfange, um der Flaute vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Habt ihr einen Wunsch? Habt ihr eine Idee? Wenn ihr wieder öfter Videos von mir sehen wollt, habt ihr eine Idee, was für Arten von Apex Videos könnte ich machen, um den Kanal wieder zu füllen? Ich kann zwar Stand jetzt nicht hundertprozentig versprechen, dass ich das immer so zuverlässig schaffe, weil auch in den letzten zwei Wochen konnte ich trotzdem sehr, sehr viel schaffen, privat. Deswegen muss ich natürlich gucken, wie ich zu dem Content komme. Aber ich habe natürlich richtig Bock und es ist natürlich nicht so schön, so einen geilen YouTube-Kanal, ein bisschen Eigenlob. Zwei Wochen lang einfach nichts zu berichten, ist schon echt ziemlich, ziemlich belastend, wenn man so viel Herzblut in diese ganze Geschichte steckt. Doch jetzt zum lang ersehnten Mosambik-Nerf und es ist nur ein Mosambik-Nerf, kein P-2020-Nerf und es war abzusehen. Eigentlich sollte dieser Nerf in der nächsten Season kommen. Mich wundert es, dass es jetzt mittendrin einfach so passiert. Dieser Nerf wurde gestern zum Donnerstag am 10.10. aktiviert. Was genau ist passiert? Single-Feuerrate und Akimbo-Feuerrate von der Mosambik wurde reduziert. Auch für die Shotgun-Bulls ganz wichtig. Je höher es ist, desto schneller wird es logischerweise. Aber jeder einzelne Bull für sich wird ein wenig verlangsam, was völlig zu Recht ist. Die Magazingröße für Single und für Akimbo wird ebenfalls angetastet. Single auf 5 reduziert, von vorher 6 und die Akimbo-Größe von 12 auf 10 reduziert. Das Explosionsmuster oder das Streumuster wird erhöht. Heißt, es ist schwieriger, alle Pellets in den Gegner reinzuballern. Und bei der Verwendung von Akimbo Mosambiks wird die Projektilgröße jetzt reduziert. Und scheinbar war das nur im Akimbo-Modus so, dass die Projektilgröße etwas größer war als im Single-Feuer-Modus. Und ist jetzt angepasst an die Schrotflinten. Mehr gibt es nicht zu berichten. Ich kann euch aber schon mal sagen, nächste Woche wird es definitiv ein Video geben. Es gibt ein bisschen was, kann ich aber jetzt noch nicht drüber reden. Wie gesagt, ich freue mich in den Kommentaren von ein paar Ideen zu lesen, die ich vielleicht umsetzen kann. Ich lasse mich mal überraschen, was da so bei, was eben dabei ist. Und ich werde auf den einen oder anderen Kommentar mit Sicherheit reagieren, ob ich das denn umsetzen kann oder nicht. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Das war es von mir. Haut rein. Ciao.